Okay, Traumblumen, Asche, okay. Vielleicht ist es auch nur zur Tarnung, alalalalalala. Oh nein. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, ich hab's ja auch geahnt, dass da irgendeine Scheiße ist. Ähm, Moment. Der hat gar keine Fähigkeiten. Achso. Ja, okay, überspringen wir das. Hack drauf, hack drauf, hack drauf. Oh, Mist. Du brauchst jetzt keinen Heiltrank. Okay, okay. Uh, Mann. Okay, die haben wir erwischt. Meine Güte, ey. Die bringt natürlich auch mehr Erfahrung, aber wir müssen so viele Heiltränke fressen, wenn wir gegen die antreten. So viel zum Baumgeist, ne. Ich wusste, eine muss eine Mimik sein, ey. Verdammt nochmal. Ich versuch nächste Mal mal auf den Schatztruhen einzuschlagen. Vielleicht kann man dem Ganzen so ein bisschen entgegenwirken. Da geht's nicht lang. Okay, wir gehen wieder zurück. Ja, voll da reingejampt. Jawohl, hat uns alle geheilt. Das ist gut. Aua. Ne, Heiltrank gibt's jetzt nicht. Sternenohrringe, sehr gut. Maximum, ist auch gut. So, ich will jetzt keine Heilung mehr verschwenden, weil wir jetzt gleich an den Speicherpunkt zurückkehren. Und da, da hinten sehen wir ihn schon. Da wird's auf jeden Fall mindestens einen Kampf geben. Let's go. Komm, try me. Nein, keine Heilung. Das muss jetzt auch einfach mal ohne Heilung gehen. Bei diesen Mimics haben wir zu viel gebraucht. Ähm. So, da hinten ist ein Speicherpunkt. Wir werden auch abspeichern. Das soll nicht umsonst gewesen sein. Natürlich, ein Kampf muss noch kommen. Gegen die geht's eigentlich noch. Oh, der ist schon tot. Ich sage, ich werde nicht heilen. Sehr schön, dass die Roboter mitleveln, finde ich übrigens super. Da muss man da nicht immer wieder tauschen, damit die überhaupt eine Chance haben. So geradeaus müssen wir noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann mir ja was werden hier. Ich werde das Gefühl auch nicht los, dass wir hier leveln müssen, ne? Aber wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Jetzt müssen wir uns aufhören. Was ist das? Alle Feinde in 30 Sekunden besiegen. Manchmal erscheint statt Achtung bei Kampfbeginn Herausforderung. Das ist dann ein Herausforderungskampf. Herausforderungskämpfe bringen dir... Ach, das sind diese Jägermünzen, die wir bei den Schatztruhen auch bekommen haben, die uns angegriffen haben. Okay, sammel Jägermünzen und tausche sie bei der Galaxiegesellschaft gegen eine Jagdlizenz ein. Sammel so viele wie möglich. Okay, dann versuchen wir, die in 30 Sekunden Platz zu machen. Haben wir geschafft. Herausforderung bestanden. Haben wir unsere Münze bekommen und einen Heiltrank, was mir eigentlich sogar wichtiger ist, dass wir den Heiltrank bekommen haben. So, nächste Schatztruhe. Da wird erstmal draufgehackt jetzt. Ah ne, kann man ja gar nicht. Okay. Kriegen wir eh nicht auf. Hallo? Na? Sehr schön. Okay, okay. Okay, finden wir hier auch irgendwann mal ein bisschen Zivilisation? So. Ah, oh. Naja, okay. Weiß man noch nicht. Was ist denn das? Wir müssen uns nicht mehr überlegen. Wir müssen uns überlegen. Wir müssen uns überlegen. Wir müssen uns überlegen. Ja, hier kommen wir nicht durch, das ist große Scheiße, was für eine andere Route. Jetzt wird uns aber auf jeden Fall ein Pfeil unten angezeigt, wo wir hin müssen. Wir werden erstmal zum Speicherpunkt wieder gehen. So, oh, der hat wehgetan. So, keiner greift an. Okay, nichts Besonderes bekommen. Ach ja, die konnten wir nicht öffnen. Okay, wir müssen irgendwo irgendwas finden oder irgendjemanden finden, wo wir da durch können. So, so, so. Ja, den hat er erledigt, sehr gut. Höllentopf-Flamme, super Sache. Heiltrank, immer gut, okay. Wow, diese Jungel ist nie zu Ende. So, wir gucken gerade mal, ob wir uns teleportieren können. Da müssen wir nämlich hin, zu diesem Haus, wo wir schon mal waren. Damit wir nicht da den ganzen Weg laschen müssen. Bye, bye. So. Okay. Wieder eine Sequenz. Oh, was ist das denn? Okay. Hm. 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 What do you think you're doing? Wow, hang on, just calm down a sec. Sorry about that. Been so long since I've seen another person. I just needed some human contact. Human contact, huh? Name ist Filio. Come on in. I haven't talked to anyone in ages. Hehe. Follow me. Wow. This place is kind of a mess. So you live here alone? I was banished here. Punishment for breaking a village rule. It's a horrible story. It's a horrible story. I like tinkering with machines, as you can see. Unfortunately, it's strictly forbidden in that village. That village? They're really old-fashioned. Huh? The villagers, I mean. They're so bound by their rules, they never even glance at anything new. That's why this planet is so underdeveloped. Those backwards Burkakwa. Your village. Is it far from here? Hmm? Oh yeah, Burkakwa village. That's where I used to live. Bunch of old sticks in the mud there. So, uh, where was I? Huh? Oh. Uh. My research shows that other planets are coming along swimmingly. But Jirika's civilization hasn't changed in a thousand years. Uh, this planet is an absolute relic. Time's moved on without us. And are we supposed to stand for it? Heck no! I'm gonna be the one who changes this place. I'll make it even more advanced than Zerard! You say that now. But have you ever seen Zerard? Uh, unfortunately I haven't. But I've heard it's the most advanced planet in the galaxy. Oh yeah! Take a look at this! Apparently Zerard is covered with these things! With gloves? Wear that and your strength will go through the roof! You can even move massive humps of rock! Amazing what some planets can come up with, huh? Pretty cool, right? Here, take it! Huh? Why? Uh, I've got another one. Besides, you guys are on your way to Berkakwa Village, right? If you get a chance, could you tell them all about the wonders of civilization? For me, would ya? Sehr schön! A power glove. And a pretty old model too. Huh? Say, Jouster. This could come in handy. We might be able to use it to move that stone statue. Hmm. If he's offering, take it. Either way, we gotta split. The village is just ahead. We can finally finish our mission. What? Already? Oh yeah! I wouldn't go near the houses along the river if I were you! See ya! Ja, Filio. Ja, netter, komischer Kauz. Aber wir haben... Diesen Handschuh, müssen wir den auch anlegen? Da müssen wir mal gerade gucken. Äh, nein. Ich möchte nicht die Verbündeten tauschen, sondern meine Ausrüstung. Nö, das hat damit nichts zu tun. Okay. 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 Dann wollen wir uns mal gleich wieder dahin teleportieren. Ja, Zeran, dieser Planet, da bin ich auch gespannt, wie der aussieht, wenn das der am weitesten entwickelte Planet ist. Aber zuerst müssen wir hier auf Juraika erstmal klarkommen. Oh. Was ist das denn hier? Was bist du denn für einer? In den Flüssen des Dschungels gibt es gefährliche Fische. Lasst euch auf keinen Fall beißen. Das ist der erste, den wir hier sehen, mit dem wir reden können. Alle anderen greifen uns direkt an. Oder warnen uns zumindest. So, mal sehen, ob wir da diese Statue jetzt wegbewegen können. Ja. Das war klar. Immer Druck, immer Druck. Kisala. Nein, ob auch so ein solches Stoß nicht zu machen. Gut, gut. So, da wären wir. Müsste ja jetzt klappen. Wenn du ein Gegenstand in deinem, äh, in einem, was Denkkreis benutzen kannst, äh, kann etwas passieren. Achte auf Hinweise, um den richtigen Gegenstand auszuwählen, ja. Das dürfte jetzt nicht allzu schwer sein, hier den richtigen Gegenstand auszuwählen. Aber wie wähle ich denn aus? Einfach so? Wo ist denn unser Power-Handschuh hin? Da ist er doch. So, das geht schon mal da nicht. Ach, ne. Vielleicht nicht, wenn wir gerade in der Luft sind. Das soll einer verstehen. Wieso zur Hölle kann ich den jetzt nicht benutzen? Oder muss ich da X drücken, oder was? Tatsächlich. Nicht einmal 10 starke Männer können diese Statue bewegen. Um weiter in den Dschungel einzudringen, braucht man eine andere Quelle. Gewaltiger Kraft. Ah, da kommt es automatisch. Okay. Wir haben hier die Gewelle gewaltiger Kraft. Zack. Jawoll, Junge. Geht doch. Wieso nicht gleich so? Oh, übele Scheiße. Okay, da sind noch zwei. Was ist das hier? Wolkenanhänger. Und eine Mimik. Nein. Dreimal Wiederbelebung. Sehr nett. In letzter Zeit gibt es weniger Tiere im Wald. Gleichzeitig hat sich die Anzahl der Bestien ständig erhöht. Okay, schlechte Zeichen eigentlich. Lihoho. Hallo Lihoho. Borkakwa ist ein Kriegerdorf. Wir sind der stärkste Stamm auf Juraika. Man könnte ja jetzt sicher helfen. Immer auch. Ja, gib mir mal einen Heiltrank. Dankeschön. Jetzt brauche ich keinen Heiltrank. Ja, der schafft ja auch ohne mich. Doch nicht. So. Den Heiltrank, den ich brauchte, haben wir auch wiederbekommen. Das ist schon mal gut. Mal sehen. Da hinten können wir auch wieder speichern. Aber da geht es wieder in mehrere Richtungen, wie es aussieht. Ja, das war's. Jawohl. Na, das war's. So. Da hinten speichern wir auf jeden Fall ab. Da sieht's irgendwie gar nicht so aus, als geht's da weiter, aber es scheint ein Stückchen weiter zu gehen. Okay, wir gehen hier erstmal abspeichern. Nee, halt, bevor wir abspeichern. Gucken wir uns erstmal unsere Enthüllungen an, die wir hier wieder freigeschaltet haben. Sehr schön. Können wir da benutzen. Und hier können wir noch diesen Anhänger benutzen. Illusionsschwert. Okay, sie kann diesen Baumstamm gebrauchen. Gut. Und hat da Übelresistenz Level 1 freigeschaltet. Sehr gut. Hat auch nichts mehr. Oh, er hat auch endlich mal was. Er kann endlich das Feuerschwert. Jawohl. Der Anfang ist gemacht. Und leider kann er nichts anderes. Aber er hat noch irgendwo was. Einmal Piratenbrock. Passt irgendwie zu ihm. Und nochmal so ein Feuertopf, den wir haben. Trunkener Ausbruch. Ja. Was auch immer diese Fähigkeit bewirkt. Können wir ja mal kurz durchlesen. Feuerschwert gibt dem Schwert die Kraft der Flamme. Erhöht Angriff. Okay. Und Trunkener Ausbruch. Die Kraft des Groks erhöht die Angriffskraft aller Verbündeten sofortig. Oh, das ist auch gut. Das ist auch gut. Unsere Roboterfreunde haben leider nichts. Okay. Dann würde ich sagen, speichern wir hier doch mal ab. Ne, speichern wir schon hier unten. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir im nächsten Part mal weiter, ob wir das Dorf erreichen. Ich bin guter Dinge, dass wir dieses Dorf erreichen werden. Ja, dass wir hier auf Juraika einigermaßen gut vorankommen. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank. Rinje Hauen. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wo das ist.